Es muss wohl gegen elf Uhr am Abend gewesen sein, auf die Minute habe ich es in meinem Notizbuch nicht notiert, als ich an eines unserer Wohnzimmerfenster trat. Nachdem wir am späten Nachmittag noch einen herrlichen Spaziergang am Strand bei mäßigen Temperaturen unternommen hatten, war das Thermometer um beinahe sechs Grad abgesackt. »Der Winter lässt sich nicht weiter aufhalten, lieber Watson«, vernahm ich die Stimme von Sherlock Holmes aus der Kaminecke. Nach einem kräftigen Zug an meiner Zigarre wandte ich mich um. »Der milde Herbst hat uns sehr verwöhnt.« Ich nahm in meinem Lieblingssessel Platz. »Es riecht nach Schneefall«, Holmes sah von seinem Buch auf und bemerkte, »Ehrlich gesagt gefällt mir der Winter besser. Die sommerliche Hitze in der Stadt ist unerträglich.« Dem musste ich beipflichten. Besonders in diesem Jahr hatten uns die Sommertage arg zugesetzt. Zwar hatte ich Holmes zu ein paar Tagen Urlaub überreden können, aber dieser gipfelte wieder mal in einem Fall, um das Geisterwrack. Dem Rauch meiner Zigarre nachsehend, regelte ich mich wohlig in der Wärme des Kaminfeuers. »Was lesen Sie da eigentlich, Holmes?«, wollte ich wissen. Mein Freund und Hausgenosse legte das Buch zur Seite und angelte eine leicht gebogene Pfeife von dem kleinen Schachttisch. »Eine Abhandlung der Gezeiten, das ist sehr aufschlussreich. In jeder Region Englands können Ebbe und Flut völlig anders verlaufen, je nachdem, wie das Wetter auf See ist, die Brandung. Es könnte mal nützlich sein.« Im Moment erschloss ich mir der Nutzen nicht. Nun, ich wusste, dass Holmes ein weit gefächertes Wissen in sein Gehirn hineinstopfte, auch wenn er es im Augenblick nicht benötigte. Für mich stellte das Medical Journal an diesem Abend eine interessantere Lektüre dar. »Sie halten nichts von der Wiederherstellung abgetrennter Gliedmaßen?«, vernahm ich da die Stimme von Sherlock Holmes erneut. Ich schaute auf. »Woher?«, mein Gegenüber lachte leise auf. »Watson!«, die Titelgeschichte befasst sich damit, »Unfallopfern eventuell verlorener Glieder, falls diese in einem gewissen Zeitraum auffindbar sind, wieder anzunähen.« Aber sie gaben einen unwilligen Ton während des Lesens wieder. Mich räuspernd entgegnete ich, »Dazu würde es einer Feinchirurgie der Gefäße und Nerven bedürfen, die rein utopisch anzusehen ist.« Mein Hausgenosse wiegte den Kopf. »Es wird auch in diesem Bereich Fortschritte geben.« »Unsinn!«, rief ich. »Es wird nie möglich sein, die Blutzufuhr exakt wiederherzustellen.« »Selbst wenn. Zerstörte Nervenbahnen lassen sich nicht nähen. Das Glied, welches auch immer, würde absterben.« Einer weiteren Diskussion wurden wir durch die Türglocke enthoben. »Zu dieser späten Uhrzeit?« Holmes schaute mich verblüfft an. Da unsere Hauswirtin sicher schon zu Bett gegangen war, öffnete ich. Ein völlig zerzauster Inspektor Gregson stand vor mir. »Kann ich Ihnen sprechen? Bitte!« »Bitte?« »Das war ja was ganz Neues.« »Kommen Sie nach oben!« Holmes blickte den Inspektor erwartungsvoll an. »Sie wirken etwas irritiert,« äußerte mein Hausgenosse. Gregson nickte nur. »Setzen Sie sich doch erst einmal!« »Cognac!« Während ich sprach, ergriff ich bereits drei Gläser. Dankend nahm der Inspektor an. »Also, wo drückt der Schuh?«, wollte Holmes wissen und setzte seine Pfeife neu in Gang. Der Inspektor fasste in seine Jacketttasche und zog etwas hervor, das in ein Tuch gewickelt war. »Das bereitet mir Kopfzerbrechen. Es wurde heute an dem kleinen Strandstück zwischen Dock 4 und 3 angeschwemmt. Wie Sie wissen, hatten wir gestern einen ziemlichen Sturm auf See, der sich auf die Strömung der Temse auswirkte.« Wir beugten uns beide vor. Der Inspektor wickelte den Gegenstand vorsichtig auf und legte ihn auf den Tisch. Ich staunte. Was dort auf dem Tisch lag, stellte das Wertvollste dar, was ich bisher so nahe gesehen hatte. Das Kaminfeuer funkelte in den zahlreichen Diamanten. Wände und Decke unseres Wohnzimmers blinkten durch die Lichtreflexion wie ein gewaltiger Sternenhimmel. Mir blieb die Luft weg. Sherlock Holmes stieß hart die Luft aus. Ein Bischofskreuz. Aber nicht irgendeines. Das unbekannte Utensil von Gregor VII. Ursprünglich Hildebrand von Soana, möglicherweise Sovaner, am 25. Mai 1085 gestorben. Er war vom 22. April 1073 bis 1085 Papst. Ich erinnerte mich dunkel. Wegen seiner Bedeutung für die Kirchenreformen des 11. Jahrhunderts, die nach ihm auch als gregorianische Reform bezeichnet wird, gilt er als einer der bedeutendsten, allerdings auch schon zu Lebzeiten, als einer der umstrittensten Päpste der Kirchengeschichte. Genau, Watson. Dieses Kreuz soll ihm angeblich gehört haben. Ich las in der Times, dass es in Dorking in der Grafschaft Surrey aufbewahrt wird. Ich rekapitulierte kurz, was ich über den Ort wusste. Dorking begann als kleine Poststation an der Stain Street, der Römerstraße, die London mit Chichester am Ärmelkanal verbindet. Wissen Sie, wo das Kreuz genau aufbewahrt wird? Oder wurde, muss man nun sagen. Gregson schaute meinen Hausgenossen ernst an. Holmes entzündete seine Pfeife neu. Nach zwei Zügen griff er hinter sich in das Bücherregal und zog einen dicken, recht abgegriffenen Band heraus. Er blätterte eine Zeit lang darin. Hier ist es. Bis 1791 bei Duke of Norfolk. Dann ging der Besitz in eine Seitenlinie über. Die Duchess of Mowbray bewahrte das Kreuz auf. Eine Nachfahrin, Caroline of Mowbray in Salford, ist nach diesem Buch Eignerin seit 1887. Die Lady, jetzt um die 30 Jahre alt, sorgt oft beim Londoner Theaterball für Aufsehen. Holmes hatte während der letzten Ausführung das Buch weggelegt. Ich runzelte die Stirn. Aufsehen? In welcher Art? Holmes' Lippen umspielte ein Lächeln. Sie tritt gerne in diversen, sagen wir mal, Verkleidungen auf. Wie ich aus den Säufzerrubriken des Chronicle weiß, kam sie im letzten Frühjahr als griechische Göttin Artemis. Im fast durchsichtigen Kleid und Barfuß. Die Klatschspalten waren tagelang mit dem Thema befasst. »Sounds«, entfuhr es mir. »Die Aufmerksamkeit war ihr sicher gewiss.« Holmes' Lächeln wurde zynisch. »Die Queen tat so, als nehme sie es nicht zur Kenntnis. Aber die Duchess von Kent zeigte sich hysterisch empört.« Der Inspektor kicherte. »Das kann ich mir denken. Vor hundert Jahren wäre sie unter sehr unangenehmen Bedingungen in den Tower gewandert.« Dann wurde er wieder amtlich. »Merkwürdig, dass die Duchess von Mowbray und Salford den Diebstahl nicht angezeigt hat.« »Das fand ich auch.« »Nicht so, Holmes.« »In diesen Kreisen gibt man sich nicht die blöße Scotland Yard, um Hilfe zu bitten.« Gregson wickelte das Kleinod wieder ein. »Ich werde gleich morgen die Duchess aufsuchen.« Er trank noch einen Kognak mit uns, dann ging er. Tatsächlich hatte es zu schneien begonnen. Nach diesem Besuch war meine aufkommende Müdigkeit wie weggeflogen. Auch Holmes verfiel ins Grübeln. Aus dem Fenster schauend sah ich dem immer dichter werdenden Schneefall zu. »Greggson will also morgen nach Surrey,« murmelte ich. »Erstens wird er die Duchess dort nicht antreffen, zum anderen wird das Kreuz sicher nicht von dort aus in die Thamse gekommen sein.« Holmes sagte das völlig emotionslos. Ich wandte mich rasch um. »Das Zweite ist mir klar, aber woher wollen Sie wissen, dass die Duchess nicht zu Hause ist?« Holmes kicherte. »Aus dem Chronicle. Die Duchess weilt zurzeit hier in London, in ihrem Stadthaus. Sie werden es schon einmal gesehen haben, Watson, nahe der Oper.« Ich runzelte die Stirn. »Teufel! Doch nicht das Haus, das einem ägyptischen Tempel ähnelt?« Holmes bestätigte das. »Genau dieses. Deshalb werden wir morgen dort einen Besuch machen.« Der darauf folgende Morgen zeigte die Baker Street wie eine Märchenlandschaft. Eine feste Schneedecke verhüllte alles. Die Hufe der Pferde und das Rollen der Kutschen drangen nur gedämpft zu uns herauf. »Ich denke, wir sollten einen erfrischenden Spaziergang zum Haus der Duchess machen,« rief Sherlock Holmes fröhlich nach dem Frühstück aus. Nun, ich hatte keine Einwände. Es war herrlich, über diesen frischen Schnee zu gehen und die kühle Luft zu atmen. Leider würde in wenigen Stunden durch die Kutschen diese Pracht zu Schlamm verwandelt worden sein. Nach einer Dreiviertelstunde erreichten wir ein pompöses Haus, dessen Eingang bereits von Weitem aus den anderen Anwesen herausragte. Es war auffällig. Das musste man einfach so sagen. So ein Portal hätte man eher in Luxor oder dem antiken Memphis erwartet. Holmes blieb andächtig einen Moment davor stehen. Nachdem wir an der tempelartigen Tür geklopft hatten, es gab einen dumpfen Widerhall wie von einer Pauke, wurde geöffnet. Mir blieb die Luft weg. Holmes hielt sich unter Kontrolle. Mühsam, wie ich bemerkte. Ein muskulöser Mann öffnete uns die Tür. Durch die Hilfe von Haargel trug er eine straffe Frisur. Seine athletische Brust zeigte sich tiefbraun. Doch er trug nur einen winzigen, weißen Ländenschurz, der kaum etwas bedeckte. Ich räusperte mich. Holmes schien das alles zu übersehen. Mein Name ist Sherlock Holmes und die Duchess wird über meinen Besuch froh sein. Na, dachte ich, das wird sich zeigen. Der Bursche musterte uns mit unbewegtem Gesicht, dann machte er eine einladende Armbewegung. Dabei glitzerte das Tageslicht in den goldimitierten Spangen an den Oberarmen. Mit sanftem Geräusch schloss sich die Tür und dieser »Mensch« schritt uns voran, wobei merkwürdige, helle Glockentöne entstanden. »Mein Gott, Holmes«, flüsterte ich, »was ist das hier für ein Sündenbabel?« Holmes sagte nichts dazu. Durch eine große Marmorhalle, an deren Wänden zahlreiche Fackeln brannten, erreichten wir einen Raum, der durch ein Kuppeldach Licht durchflutet wurde. Der fallende Schnee rutschte in diesem Moment seitlich von der Außenwölbung ab. Darunter befand sich ein hellblau schimmerndes Wasserbecken, in dem sich vier, ich musste schlucken, nackte Mädchen tummelten. Mein Inneres rebellierte. Wie konnte die Queen so etwas in London zulassen? Dann sahen wir die Duchess selbst. Sie lag halb hingestreckt auf einem Divan mit Baldachin, in der Kleidung einer Pharaonen, in der Hand einen Becher und sah uns freundlich an. Der Bursche, der uns die Tür geöffnet hatte, sank vor ihr in die Knie und sagte leise, »Herrin, Sherlock Holmes möchte sie sprechen.« Die Duchess würdigte den Mann keines Blickes, sondern unternahm nur eine lässige Handbewegung, als verscheuche sie eine Fliege. Der Bursche treute sich. Ich wusste wirklich nicht, was ich davon halten sollte. Fröhlicher Lärm drang aus dem Schwimmbecken. Die Duchess klatschte mehrfach in die Hände und es kehrte Ruhe ein. Dann deutete sie auf zwei antike Sessel. Allein die handgeschnitzten Lehnen mussten ein Vermögen gekostet haben. Sie richtete sich etwas auf und stützte den Kopf mit dem blau-schwarzen Haar in die rechte Handfläche des angewinkelten Armes. »Seien Sie mir willkommen, meine Herren«, sagte sie mit melodischer Stimme. »Santos, Wein für unsere Gäste«, rief sie dann herrisch. Ich wollte ablehnen, bekam aber keine Gelegenheit dazu. »Milady«, begann Holmes leise, »ist Ihnen das Kreuz von Gregor VII. ein Begriff?« Die Lady runzelte leicht die Stirn. »Wenn ich mich recht erinnere, wurde so etwas in unserer Familie gehütet. Ich habe mich nicht sehr für so etwas interessiert.« Holmes schürzte die Lippen. »Der Tradition nach wären Sie dafür verantwortlich.« Die Duchess winkte ab. »Mein Sekretär verwaltet solche Dinge«, Holmes nickte. »Das Kreuz wurde gestern am Themse-Strand gefunden.« Nun hob die Lady doch erstaunt die Augenbrauen. »Wo kann ich Ihren Sekretär finden?« Kleopatra klatschte wieder zweimal in die Hände und ein sehr spärlich bekleidetes Mädchen eilte heran. »Wo hält sich Charles im Moment auf?« herrschte die Dame des Hauses das Mädchen an. »So viel ich weiß im Residenzhotel, Herrin.« Die Duchess lächelte uns nun wieder an. »Das Hotel gehört mir, und Charles Bigham ist dort ebenfalls Geschäftsführer.« Holmes erhob sich, ich tat es ihm gleich, und bemerkte sich verbeugend, »Ich danke Ihnen, Milady.« Der Bursche, der uns hereingelassen hatte, führte uns auch wieder zur Tür. Wieder vernahm ich bei jedem seiner Schritte das Glöckchen. Vor der Tür holte ich erst einmal Tiefluft. »Teufel, Holmes, was war das eben?« Mein Freund und Hausgenosse kicherte. »Äußerst exzentrisch, die Dame!« Ich rollte mit den Augen. »Mehr, mehr fällt Ihnen dazu nicht ein?« Holmes schüttelte den Kopf und begann seelenruhig, seine Pfeife neu zu stopfen. »Das geht uns nichts an, guter Freund.« »Also, meine moralische Empörung fand keine Grenze. So etwas in unserem guten Empire. Was würde die Königin zu so etwas sagen?« Holmes klopfte mir auf die Schulter. Er schien meine Gedanken zu erraten. »Lassen Sie es gut sein, lieber Watson. Die Queen wird es nicht wissen und auch nicht ändern können. Kommen Sie, zum Residenzhotel.« Dort erklärte man uns, dass Charles Bigham seit vier Tagen nicht aufgetaucht sei. »Haben Sie die Duchess in letzter Zeit gesehen?« fragte Holmes den Rezeptionisten des vornehmen Hotels. »Bedauere, Sir, sie ist sehr, sehr selten hier. Soweit ich es von Mr. Bigham mitbekommen habe, soll Ihre Ladyship sich auf Ihrer Yacht in der Gegend von Sumatra aufhalten.« Holmes bedankte sich. Auf der Straße blieben wir vor dem plötzlichen Schneegestöber geschützt, unter dem Vordach des Eingangs stehen. »Was bezweckte diese Frage nach der Duchess?« wollte ich wissen. Holmes führte ein Streichholz an den Pfeifenkopf und brummte dabei. »Mir kommt einiges merkwürdig vor.« »In Bezug auf«, »eher abartig, obszön«, Holmes lachte auf. »Verehrter Watson, Sie denken doch nicht, dass ich auch nur eine Sekunde an dieses Schmierentheater geglaubt habe.« Nun stieß ich doch einen verblüfften Ruf aus. Mein Freund und Hausgenosse klopfte mir auf die Schulter. »Wir haben gesehen, was wir sehen sollten.« Ich wischte mir eine Schneeflocke aus dem Gesicht. »Thunder! Wie soll ich das denn nun interpretieren?« Holmes paffte ein paar mächtige Rauchwolken, die im Wind wie Phantome vergingen. »Guter Watson, denken Sie einmal nach. Ein sehr wertvolles Kreuz wird gefunden, angeblich aus dem Besitz von Gregor VII. Jedoch bezweifle ich, dass es zu seinen Lebzeiten diese Art Handwerksarbeit gab. Nein, nein, das Kleinod entstammt der Renaissance. Aber Gregson sagte doch...« Holmes winkte ab. »Er weiß nichts. In den Chroniken von Surrey, ich zitierte ja nur daraus, befindet sich eine gute Beschreibung des Kreuzes. Und sicherlich wird oder wurde es auch dort aufbewahrt. Das Fundstück ist ihm auch äußerst ähnlich, doch die Verarbeitung passt nicht. Das ist es, was mich an der Sache neugierig macht. Sonst hätte ich den Fall bereits Scotland Yard überlassen, an der ganzen Angelegenheit ist etwas Besonderes.« Der Schneefall nahm zu. »Was ist mit der Lady und dem Haus?« »Jemand weiß, dass dieses Kreuz gefunden worden ist und bereitet sich auf eine bestimmte Kulisse vor. Ich weiß im Moment auch noch nicht mehr.« Er pfiff eine Droschke heran. Zu meinem Erstaunen nannte Holmes noch einmal die Adresse des Hauses der Duchess. »Dauert etwas länger bei dem Schnee!«, brummte der Kutscher. Trotzdem verlief die Fahrt recht zügig. Das Haus lag einsam da. Auch sah ich am Eingang keine Beleuchtung mehr. Holmes bat den Kutscher zu warten. Er stieg aus und ging auf das Haus zu. Er horchte an der Haustür. Dann verschwand er hinter einer Hecke. Nach zehn Minuten kehrte er zurück. Ein diabolisches Lächeln umspielte seine Lippen. Auf Fragen gab er nur eine ausweichende Antwort froh, als wir nach dem Mittag wieder in der Baker Street ankamen. Aufatmend sank ich in meinen Sessel. Die wohlige Wärme des Kamins tat meinen Knochen gut. »Ist es erlaubt zu fragen, an wen das Telegramm adressiert ist?« Holmes hatte den Mantel an den Garderobenhaken gehängt und schritt zum Bücherregal hinüber. Er entnahm ihm zwei Gläser und eine Flasche Sherry. »An einen Freund bei der französischen Polizei.« Ich stellte mich an den Kamin und rieb mir die kalten Hände. »Aha, und«, mein Freund schenkte Sherry ein und bemerkte, »jetzt muss ich abwarten, ob meine Überlegungen in die richtige Richtung gehen. Spekulieren ist der Tod jeder Ermittlung.« So begab ich mich denn in Geduld. Mrs. Hudson kredenzte uns gerade frischen Kaffee, was ich sehr begrüßte, als Inspektor Gregson erneut auftauchte. Er berichtete, dass er die Duchess nicht angetroffen habe. Angeblich sei sie mit ihrer Yacht unterwegs. Etwas, das wir bereits wussten. Der Inspektor wollte sich eben zum Gehen wenden, als sein Kollege Lestrade uns ebenfalls aufsuchte. Erstaunt sah er zu Gregson. »Sagen Sie nur, Sie brauchen auch mal Hilfe.« Gregson verzog leicht die Mundwinkel. Holmes beschwichtigte mit einer Handbewegung. »Lestrade, was kann ich für Sie tun?« »Eine Leiche wurde bei den Docks angespült.« Alle vier fuhren wir bei dichtem Schneetreiben, der Kutscher fluchte darüber zum Fundort der Leiche. Es handelte sich, wie wir feststellten, um einen Geistlichen. »Hellje, wer bringt einen Kleriker um?« Holmes lachte zynisch. »Seit Jahrhunderten lebt diese Spezies gefährlich, Watson.« Nach einer kurzen Untersuchung konnte ich sagen, dass der Mann zwar im Wasser gelegen hatte, aber die Todesursache ein Messerstich gewesen war. Holmes nickte. Er beugte sich zu dem Toten und nahm etwas von dessen Jackett. Eine Anstecknadel. »Eine Abart des Keltenkreuzes? Die Anstecker tragen Priester aus dem Norden. Ich wette, er stammt aus Dorking.« Wir ließen die beiden Polizisten am Tatort. Holmes ergatterte an der nächsten Straßenkreuzung eine Droschke. Holmes' Vermutung bestätigte uns eine Telegrammanfrage recht schnell. Die Antwort erwartete uns schon in der Baker Street. Gleichfalls eine Antwort auf Holmes' erste Depesche. »Die Galleon ist wohl vor vier Monaten im Sturm gesunken. Heimathafen Marseille. Das Schiff gehört einem Samuel III. Lord of Dorking Manor, ein Nachfahrer der Dukes of Norfolk.« Holmes rieb sich die Hände. »Ich bin auf der richtigen Spur. Mir fehlt nur noch ein Hinweis.« Ich schaute ihn fragend an. »Mein lieber Watson, bitte sehen Sie doch im Kursbuch nach, wann morgen ein Zug nach Dorking fährt.« Durch den Schriftsteller Daniel Defoe wurde der Ort in ganz England bekannt. Ein beschauliches Örtchen, in das die Hektik der Großstadt noch nicht eingezogen war. Vom Bahnhof aus schritten wir strammen Schrittes zu etwas abseits gelegenen Kirche. Wir klopften am Pfarrhaus an, und eine ältliche Dame öffnete uns. Auf unsere Frage erklärte sie, »Father Henry ist nach London gereist.« »Oh«, Holmes tat enttäuscht, »er hatte uns gebeten, vorbeizukommen.« Die Dame blickte uns erst kritisch an, dann meinte sie, »Ja, kommen Sie doch herein. Ich bin Mrs. Jessen, die Hausdame des Pfarrers.« Sie berichtete uns, dass Father Henry vor einer Woche Besuch von der Duchess of Mowbray in Salford erhalten hatte. »Sie müssen wissen, er ist auch der Beichtvater der Lady.« Wir nahmen in einer Sitzecke Platz, und Mrs. Jessen servierte uns frischen Tee. »Sagen Sie«, begann Holmes, »wie kam denn Father Henry mit, wie soll ich sagen, den Ausschweifungen der Lady klar?« Mrs. Jessen setzte sich auf die Eckbank und blickte nachdenklich zu Boden. »Das ist merkwürdig. Das Verhältnis war sehr vertraulich. Sie verstanden sich sehr gut. Doch manchmal hörte ich ihn in seinem Arbeitszimmer schimpfen.« »Wie das?«, wollte Holmes wissen. Mrs. Jessen wandte sich etwas. Dann rief er so etwas wie »Das verfluchte Luder! Sie hat es wieder getan!« »Aha«, machte mein Freund. Mrs. Jessen fuhr fort. »Beim letzten Besuch der Lady bekam ich nur mit, dass diese sehr aufgeregt war. Und dann, vor vier Tagen, erhielt Father Henry einen Brief. Er rief, »Ich muss Schlimmes verhindern. Mehr weiß ich nicht.« Holmes trank seinen Tee aus und meinte dann, »Mrs. Jessen, Sie haben mir sehr geholfen.« Auf der Straße begann Holmes seelenruhig, seine Pfeife zu stopfen. »Doktor, das Bild rundet sich.« »Ehrlich, für mich tat es das nicht, zumal mein Freund und Hausgenosse sich wieder eher in Rätseln äußerte.« Mit dem Fünf-Uhr-Zug kehrten wir nach London zurück. Unterwegs wollte ich wissen, »Sie sind doch noch einmal zu dem Stadthaus der Lady gefahren.« »Weshalb?« »Ich wollte wissen, ob noch jemand anwesend sein könnte.« »Und?« »Natürlich nicht.« Mehr erfuhr ich nicht. In London angekommen, wunderte ich mich, dass Holmes statt nach Hause zu Scotland Yard wollte. Gregson blickte erstaunt von seinem Schreibtisch auf. »Inspektor, wo findet in nächster Zeit eine Ausstellung antiker Schmuckstücke statt?« »Antikeras?« Etwas ratlos blickte er uns an. Dann kramte er in diversen Unterlagen, die seinen Schreibtisch bedeckten. Endlich fand er, was er suchte. »In East Sussex, genauer gesagt in Lewis.« Holmes stieß die Luft aus. »Wann?« »Himmel, Mr. Holmes, in vier Tagen!« Mein Freund und Hausgenosse nickte. »Mehr wollte ich nicht wissen. Danke.« Es begann wieder zu schneien. Holmes machte den Vorschlag, bei Luigi noch ein Abendessen einzunehmen. »Dazu einen seiner hervorragenden Weine, Doktor.« Natürlich hatte ich dagegen keine Einwände. Wir hatten das Lokal fast erreicht, als ich einen Luftzug am linken Ohr spürte. Da spritzte auch bereits Mörtel aus der Hauswand neben mir. »Teufel!« Da riss Holmes mich auch schon zur Seite, direkt in eine Toreinfahrt. Wir horchten. »Nichts!« Holmes atmete heftiger. »Verflucht, Watson! Da will uns jemand ans Leder!« »Aber wieso?« »Wieso?« Holmes stieß es verächtlich aus. »Weil wir seit heute jemandem zu nah auf die Pelle gerückt sind.« Ich schnaufte. »Himmel und Granaten. Wem denn?« »Später, mein Freund. Erst müssen wir hier weg.« Holmes blickte vorsichtig um die Ecke. »Der Täter scheint weg zu sein. Kommen Sie. Dort drüben ist der Eingang zu Luigi. Das schaffen wir.« Wir sporteten los. Luigi blickte uns leicht abschätzend an, sagte aber nichts. »Nur ein kleiner Zwischenfall. Kein Grund zur Sorge.« »Aha«, machte Luigi und führte uns zu einem Ecktisch. »Heute ich aber einen besonderen Wein für euch.« Damit wieselte er zur Chromtheke hinüber. Ich streckte mich etwas aus. Mein Herzschlag beruhigte sich. »Holmes, wer will uns da aus dem Weg räumen?« Sherlock Holmes zog genüsslich an seiner Pfeife. Luigi kehrte mit einer Flasche edlen Erbrutzenweins zurück. »Für ganz besondere Gäste!«, rief er theatralisch und schenkte ein. »Ich muss sagen, der Tropfen hob meine Stimmung.« Dann legte Luigi uns die Speisekarte hin. Als er gegangen war, blickte ich meinen Freund und Hausgenossen abwartend an. »Watson«, begann er, »wir sind zufällig einer heißen Sache auf die Spur gekommen. Sie erinnern sich an die mysteriösen Kunstliebstähle der letzten Monate auf dem Festland? Sicher tun Sie das. Die Spur verlor sich immer in Richtung England. Nach Norfolk, wie ich von der französischen Polizei erfuhr. Nun scheinen meine »unsere« Ermittlungen jemandem zu gefährlich zu werden. Nun musste ich einen weiteren Schluck Wein nehmen. »Sie denken, die Duchess«, ich lehnte mich weit auf meinem Stuhl zurück. »Nein, das denke ich nicht.« Holmes winkte ab. »Die Duchess sicher nicht. Sie fährt auf der Yacht Emily in der Karibik. Auch das konnte ich in Erfahrung bringen.« Da kamen mir die Worte der Haushälterin des Pfarrers in den Sinn. »Was hatte Father Henry noch gesagt?« »Das Luder hat es wieder getan.« Ich schüttelte den Kopf. Holmes hatte mich fest im Blick. »Sie sind auf dem richtigen Weg, Watson.« »Herrje.« »Ich sah gar keinen Weg und den richtigen schon gar nicht.« Unser Essen kam. »Wollen Sie mich nicht endlich an Ihren Gedankengängen teilhaben lassen, Holmes? Ich bin nicht Ihr Lehrling, auch wenn Sie mich meistens dafür halten. Ich kann komplizierte Operationen durchführen, Sie nicht.« Nach dieser Ansprache sah mich mein Gegenüber mit runden Augen an. »Donnerwetter, Watson!« »Das saß«, kam es dann zurück. »Holmes, Sie sind ein Meister der Kombination, aber ich habe eben ein anderes Fachgebiet. Sehen Sie das doch endlich ein!« Mein Freund und Hausgenosse trommelte mit seinen schlanken Fingern auf der Tischplatte herum. Dann bemerkte er, »Sie sind im Recht, Watson.« »Ich setze manchmal zu viel voraus. Mein Metier ist es eben, blitzschnell Zusammenhänge zu erkennen.« Er straffte die Schultern und begann. Als er geendet hatte, musste ich doch erst mal wieder durchatmen. »Das ist ungeheuerlich! Und das wird geduldet?« Holmes zuckte die Achseln. »Es gibt Charaktere, gegen die kommt man nicht an.« Das machte mich nachdenklich. Erneut setzte heftiger Schneefall ein. Wir blieben etwa zwei Stunden bei Luigi. Dann bat Holmes den Wirt, uns durch die Hintertür herauszulassen. »Wir müssen vorsichtig sein, Watson.« In der Baker Street lenkte Holmes seine Schritte in eine schmale Einfahrt, etwa fünf Häuser vor unserer Wohnung. Auf Umwegen, mit einer unangenehmen Kletterpartie über zwei Mauern, erreichten wir die Kellertür unseres Hauses. Mrs. Hudson empfing uns missbilligend im Flur. »Was haben Sie beide wieder angestellt?«, fragte sie tadelnd. Oben im Wohnzimmer hieß Holmes mich warten. Im Dunkeln schloss er die Blendläden. »Jetzt können Sie das Gaslicht beruhigt hochdrehen, Watson,« meinte er danach leise. Ich atmete auf und verschwand in meinem Schlafzimmer, um mir etwas Trockenes und Bequemeres anzuziehen. Holmes tat es ebenso. »Wir können erst in zwei oder drei Tagen etwas unternehmen,« merkte er an. »Türk beabsichtigte ich, in meinen Club zu gehen.« »Seien Sie aber auf der Hut, lieber Doktor. Wer weiß, ob man uns nicht belauert,« warnte Holmes. Aus Afghanistan war ich einiges an Hinterhalten gewöhnt und hatte so einen sechsten Sinn entwickelt. Durch den mäßigen Schneefall erreichte ich unbescholten den Medical Club. »Willkommen, Doktor Watson,« begrüßte mich der Portier. Hanson war ein alter Bekannter. Wir hatten in derselben Kompanie gedient. Nach dem Krieg hatte ich dafür gesorgt, dass er die Stelle hier im Club bekam. Das hatte zur Folge, dass ich mich von meinem ehemaligen Doktorvater zum Beitritt in den Club breitschlagen ließ. »Wutzen, wenn Sie in Ihrem Leben noch etwas erreichen wollen, dann müssen Sie hier eintreten.« Die Worte hatte ich noch im Ohr. »Nun, etwas erreichen.« »Ich will nicht undankbar sein. Ich besaß eine kleine Praxis in Paddington, die ich für ein paar Tage in gute Hände gegeben hatte. Ein pensionierter Kollege war gern bereit, mich zu vertreten.« »Wieder ein Fall mit Mr. Holmes?« hatte er schmunzelnd gefragt, als ich ihn um die Vertretung bat. Er wusste, dass Holmes mich gerne als Begleiter bei seinen Unternehmungen dabei hatte. Seit dem Tod meiner Frau Mary wohnte ich auch wieder in der Baker Street. In der Wohnung in Paddington fiel mir die Decke auf den Kopf, wie man so sagt. Ich bestellte mir bei der Ordonanz einem jungen Mann meinen Lieblings-Whiskey. Der lächelte. »Wie immer, Dr. Watson, kommt sofort!« Ich bedankte mich und griff zum Zeitungsständer. Dort fand ich diverse medizinische Fachzeitschriften. Mein Getränk kam, und ich hatte eben genüsslich einen Schluck genommen, als mich jemand ansprach. »Dr. Watson?« »John Watson?« Ich schaute auf. Ein großer, wohl vierzigjähriger Mann mit schloh-weißem Bart stand vor mir. »Ja, bitte?« »Mein Name ist Dawson.« »James Henry Dawson.« »Darf ich mich einen Moment setzen?« Ich machte eine einladende Handbewegung. »Bitte?« Der Gast, ich kannte ihn nicht und hatte ihn vorher auch noch nie gesehen, ließ sich in den Ledersessel neben mir sinken. Bei der Ordonanz bestellte er sich einen irischen Whisky. »Sie sind Mitglied hier, oder hat Sie jemand in den Club eingeführt?« Wollte ich wissen. Dawson lächelte. »Sagen wir es so. Ich bin heute ein besonderer Gast, Dr. Watson.« Der Whisky kam. Dawson erhob das Glas und prostete mir zu. Dann musterte er mich interessiert. Ich runzelte die Stirn. »Können Sie Ihre Aussage etwas genauer definieren?« Dawson beugte sich etwas vor. »Gern?« Er nahm noch einen Schluck, stellte das Glas weg und schlug die Beine lässig übereinander. »Die Sache ist so. Ihr Freund, Sherlock Holmes, ermittelt in einer Sache, die, wie soll ich es ausdrücken, delikat ist, vor allem gefährlich. Ich bin hier, um zu vermeiden, dass jemand zu Schaden kommt. Daher ersuche ich Sie, Doktor, Mr. Holmes zu raten, nicht nach Lewis zu fahren.« Ich straffte mich. »Mr. Dawson, falls Sie so heißen. Ich denke nicht, dass sich Sherlock Holmes in dieser Art beeinflussen lässt.« Ich sagte das mit Nachdruck. Der Fremde sah mich ernst an. Dann nickte er. Ein leichter Seufzer entran ihm. »Dann muss ich etwas deutlicher werden.« Damit griff er unter seine Jacke. »Dr. Watson, da ist ein Bote für Sie.« Es war die junge Ordonnanz, die dies sagte. Schnell stand ich auf. »Ach ja, wo ist er?« Die Ordonnanz zog mich in die Richtung der Schanktheke. »Mr. Holmes lässt ausrichten, Sie sollen rasch durch die Hintertür verschwinden,« raunte der junge Mann mir zu und reichte mir den Mantel. Dawson konnte das nicht sehen. Schnell nahm ich die Gelegenheit wahr, froh, der Situation entronnen zu sein. Kaum hatte ich die kleine Gasse hinter dem Club betreten, vernahm ich eine vertraute Stimme. »Um die Ecke wartet eine Droschke. Schnell!« Erst als der Wagen anfuhr, sah Holmes mich an. »Das war James Henry Dawson. Er heißt wirklich so. Ein Auftragskiller. In Frankreich und Irland steckbrieflich gesucht.« Jetzt erst konnte ich meinem Erstaunen Ausdruck geben. Holmes lachte rau. »Ich sah ihn vor unserem Haus herumschleichen und ihnen folgen, als sie die Baker Street entlang gingen. Da bin ich ihnen beiden gefolgt. Er wollte sie unter Druck setzen. Ich gehe davon aus.« Ich bestätigte das. »Ich glaube, er hatte einen Revolver bei sich.« Holmes verneinte das. »Er ist ein Meister des Messers auf kurze Distanz. Vermutlich hätte weder die Ordnanz noch ein anderer Gast in dem Raum ihren Tod bemerkt. Wenn, dann wäre Dawson schon einige Meilen fort gewesen.« Er wurde plötzlich heiß. »Teufel! Wieso läuft er noch frei herum?« Holmes zuckte die Achseln. »Weil man ihm noch keinen seiner Morde nachweisen konnte.« »Er ist zigmal verhaftet worden, aber es reichte nie zu einer Verurteilung. Ich beobachte sein Treiben schon seit zwei Jahren.« »Auf Umwegen erreichten wir wieder unsere Wohnung.« »Watson«, bemerkte Holmes ernst, als wir unser Wohnzimmer betraten, »tun Sie mir und sich einen Gefallen. Gehen Sie die nächsten zwei Tage nicht aus dem Haus. Falls ich nicht da sein sollte, lassen Sie niemanden ein. Mrs. Hudson habe ich gleichsam instruiert.« Während des Ankleidens am folgenden Morgen schaute ich aus dem Fenster meines Schlafzimmers in den tristen Hof. Die einsame Platane wirkte durch ihre Schneekäppchen auf den Ästen viel freundlicher als sonst. Ich hatte schlecht geschlafen, denn der Schreck des Vorabends saß mir noch in den Knochen. Mit recht gemischten Gefühlen kam ich die fünf Treppenstufen zum Wohnzimmer hinunter. Wie ich sofort sah, hatte Holmes schon ein karges Frühstück zu sich genommen und befand sich außer Haus. »Er sagte mir nur, er müsse etwas in Erfahrung bringen,« erklärte mir Mrs. Hudson. »Gut.« Ich ließ mir das Frühstück schmecken. Es gab nichts zu tun für mich und Holmes bestand darauf, dass ich das Haus nicht verlassen sollte. Im Rückblick auf den Abend war mir das auch angenehm. So trank ich fast eine Kanne Kaffee allein. Die Times lag noch unberührt auf dem Tisch. Ich widmete mich zuerst der Seite 3. Im Unterhaus gab es wieder einen Schlagaustausch zwischen Robert Arthur Talbot Giscoyne-Sassel, dem dritten Marquess of Salisbury, und Stafford Northcott um die Capunda-Katastrophe. Die Capunda war ein Eisenklipper, der für die britische Reederei Trinder, Anderson & Co. Passagiere und Fracht von Großbritannien nach Australien brachte und dabei hauptsächlich Auswanderer beförderte. Am 20. Januar 1887 sank die Capunda an der brasilianischen Küste, nach der Kollision mit der Barik Ada Mermor. Die Capunda wurde fast in zwei Hälften geteilt und sank innerhalb von fünf Minuten. Von den 313 Menschen an Bord wurden nur acht Besatzungsmitglieder und acht Passagiere gerettet. 297 Menschen kamen ums Leben. Schuldzuweisungen, der Verdacht eines geplanten Anschlags wegen geheimer Waffenlieferungen. Ich blätterte weiter. Ein medizinischer Artikel über Nervenbahnen, der mir eine Ergänzung zum Medical Journal lieferte, fesselte mich dann. Nach einer Stunde legte ich die Zeitung weg, als mein Blick auf den Kriminalberichten hängen blieb. In Heathrow war ein Kunstexperte tot aufgefunden worden. Ein gezielter Messerstich ins Herz. Eigenartigerweise wurde nichts gestohlen. »Sie haben den Bericht gefunden«, erklang da Holmes vertraute Stimme von der Tür. Unwillkürlich war ich zusammengezuckt, da ich zu sehr in den Artikel vertieft gewesen war, um die Wohnungstür zu hören. Holmes warf den Alster über den Garderobenhaken, schritt zum Kamin und rieb sich die klammen Hände. »Ich war am Tatort.« »Die Zeitung sah nicht«, Holmes winkte ab. »Ich hatte mit Grover Samms schon zu tun, ein kleiner Ganova, aber eine Kapazität auf seinem Gebiet. Mit ihm wollte ich sprechen. Doch da war es bereits passiert. Vermutlich war er der Grund, weshalb Dawson in London weilte. Wir lagen nur mit auf dem Weg. Ich fuhr mir durch das Haar. Weshalb sollte Dawson ihn umbringen? Holmes griff eine Pfeife vom Kamin-Sims. Ich denke, er wurde für eine Expertise zu Rate gezogen und sollte dann nichts ausplaudern. Bestimmte Leute sind skrupellos. »Hat das etwas mit unserem Fall zu tun?« Meine Stimme klang heiser. Holmes füllte Tabak aus dem persischen Pantoffel in den Pfeifenkopf. »Davon gehe ich aus, Doktor!« Erneuter Schneefall hatte eingesetzt und die Flocken schlugen lautlos an die Scheiben der beiden Fenster. »Wie soll es weitergehen?«, fragte ich leise. »Morgen fahren wir nach Lewis, Doktor.« Ich blickte auf die wie verwunschen scheinende Baker Street. »Die Welt könnte so freuen.« Eine verträumt wirkende Stadt mit mittelalterlichem Charakter, einer gemütlichen Einkaufsmeile und engen Gassen. Eine verschlafene Stadt mit großer Geschichte. Wir hatten uns im Gasthof Green Arms eingemietet. Nun standen wir vor dem Stadthaus, in dem die Ausstellung stattfinden sollte. Scotland Yard hatte ermittelt, dass ein Dolch der legendären Boudica erstmalig dem Publikum offeriert werden sollte. Ich kramte in meinem etwas dürftigen alten Geschichtswissen. Es handelte sich um eine britannische Königin und Heerführerin, die in den frühen Jahren der römischen Besetzung Britanniens den letztlich erfolglosen Aufstand um 60 nach Christi anführte. Während des Aufstands zogen die keltischen Stämme der Ikener und der Trinovanten unter der Führung von Boudica gegen die römischen Siedlungen im heutigen Colchester, London und St. Albans. Sie töteten schätzungsweise 70.000 römische Siedler und romanisierte Einwohner der Siedlungen und brannten die Siedlungen ganz oder teilweise nieder. Boudicas Armee wurde schließlich von römischen Truppen unter Gaius Suetonius Paulinus vernichtend geschlagen. »Der Dolch hat einen Schätzwert von etwa 60.000 Pfund«, erklärte mir Holmes. »Donnerlütchen«, rief ich daraufhin aus. »So ist das mit heroischen Altertümern. Leider ist das Exponat französischer Staatsbesitz. Das ärgert viele britische Museen.« »Aber das Ding kann niemand nach einem Diebstahl verkaufen«, gab ich zu bedenken. Holmes hatte nur die Achseln gezuckt. »Es wird für viel, viel Geld in einer privaten Sammlung verschwinden.« Wir sprachen mit dem Direktor des kleinen Ausstellungsmuseums. Er versicherte uns, dass die Vitrine aus besonderem Glas bestünde. »Die hält sogar einer Gewehrkugel aus nächster Nähe stand. Außerdem bewachen zwei Polizisten rund um die Uhr das Exponat.« Wir machten uns auf den Weg, um die Stadt etwas zu inspizieren. Da fiel mein Blick auf ein Plakat. »The real Cleopatra. You're alive, love and fight.« Ich machte Holmes darauf aufmerksam. »Ich dachte es mir.« »Aber was hat das mit der Familie der Duchess zu tun?« Holmes sah mich an. »Sie waren doch mit mir, als wir die Duchess aufsuchten.« Die Andeutungen von vor ein paar Tagen fielen mir ein. »Herr Gott, Holmes, Sie denken, natürlich. Aber die Duchess...« Holmes legte mir seine rechte Hand auf die Schulter. »Sie weiß es.« »Kommt aber vermutlich nicht dagegen an und hat sich immer rechtzeitig auf ihre Yacht zurückgezogen.« »In der Öffentlichkeit ist sie das exzentrische Luder, wie Father Henry es nannte.« Mein Mund war trocken. Wie konnte man so tief sinken? Wir betraten eine Taverne, in der sich wohl die halbe Stadt traf. In einer Ecke nahmen wir an einem kleinen Tisch Platz. »Sie kommen nicht von hier,« sagte der dicke Wirt feststellend. »Wir bestätigten das.« »Uns interessiert die Ausstellung morgen.« »Ah, der Dolch der Boudica. Ja, hätte sie damals mal die Römer verjagen können. Na, ein großes Aufgebot. Man hat zusätzlich Polizisten rekrutiert. Sie bewachen schon den Transport der Ausstellungsstücke.« Während unser Bier kam, versank Holmes in Schweigen. Plötzlich hatte mein Freund es eilig. »Ich muss zum Telegrafenamt.« Mehr erfuhr ich nicht. Innerhalb des Amtes lief Holmes unruhig auf und ab, bis endlich die Antwort kam. »Gut«, kam es dann über seine Lippen. Wir betraten die Straße und mein Freund plauderte, während wir durch die Stadt gingen, munter über die britische Geschichte. Erst nach einem ausgiebigen Abendmahl, was für Holmes sehr ungewöhnlich war, standen wir bald vor dem Hintereingang des Stadthauses, welches das Museum beherbergte. »Der Direktor hat mir den Schlüssel für den Kellereingang gegeben, Watson. Jetzt keinen Laut mehr.« Gespannt und aufgeregt folgte ich Holmes. »Sollten wir nicht die beiden Polizisten vor einem möglichen Einbruch warnen?«, flüsterte ich. »Sicher nicht. Diese beiden werden wir am Morgen nicht mehr vorfinden,« kam es hart zurück. »Himmel und Granaten. Was wollte Holmes damit sagen?« Dann dämmerte es mir. »Falsche Polizisten.« Deshalb hatte Holmes gekabelt. Wir hatten lautlos über eine Treppe den Ausstellungsraum erreicht. Holmes zeigte aufwärts. Ich folgte seinem Finger und sah mattes Licht durch eine Glaskuppel dringen. Mein Freund und Hausgenosse machte das Zeichen des Schweigens. Da. Waren da nicht Schatten? Oben an der Kuppel? Einer der Polizisten lief von der Vitrine zu einer Wand. Ich vernahm ein metallisches Knacken. Dann öffnete sich ein Teil der Kuppel. Wie Phantome schwebten drei barfüßige Gestalten abwärts. Zwei Frauen in einem nur aus dünnem Tuch bestehenden Gewand. Trapezkünstler, die die Lady um sich gescharrt hat. Erinnern Sie sich an das Haus in London? An den Anbau, in dem unsere Kleopatra residierte? Dort hat man das geübt. Ob der gehauchten Worte wurde mir heiß. Kaum waren die Gestalten auf dem Boden aufgekommen, ließ Holmes seine Trillerpfeife ertönen. Die Haupttür zum Saal öffnete sich und acht Bobbys stürmten herein. Mit ihnen Inspektor Gregson. Eine der Einbrecherinnen hangelte sich blitzschnell wieder nach oben. Gregson gab einen Schuss ab. Holmes lief auf die Vitrine zu und steckte etwas in seine Hosentasche. Ich sah jedoch nicht, was es war. Unser Zug hielt pünktlich in Paddington. Holmes pfiff eine Droschke herbei. Zu meinem Erstaunen nannte er nicht die Baker Street als Ziel. Mein Freund und Hausgenosse stieß wahre Dampfwolken aus seiner Pfeife aus. Unruhig scharrte er mit den Füßen. Holmes, was ist los? Wir müssen uns eilen, Doktor. Kutscher, schneller! Wir rasten durch die Nacht. Bald kam mir die Straße bekannt vor. Ich schaute aus dem Seitenfenster und sah das Haus der Duchess. Eine Kutsche fuhr eben an. Holmes hatte es auch bemerkt und ließ unseren Wagen halten. Nur eine Spur gab es in der jungfräulichen Schneedecke. Kommen Sie, Watson, zum Finale! Holmes stieß es grimmig aus. Anstatt zur Haustür zu gehen, nahm er den Weg durch eine Lücke in der Hecke. Schnee wirbelte mir ins Gesicht. Über einen schneebedeckten Rasen erreichten wir eine Terrasse. Holmes schob sich seitlich heran und winkte mir dann. Ich schaute durch das zum Teil gefrorene Glas und staunte. Zweimal die Duchess, Holmes nickte. Die Zwillinge zusammen. Ich dachte, die Duchess sei. Das dachte ich auch, Doktor. Aber die Sachlage ist völlig anders. Holmes betätigte die vereiste Klinke. Die Tür öffnete sich lautlos. Wir haben einen Termin. Meine Yacht läuft mit der Flut aus. Meine Damen, Sie werden Ihre Pläne ändern müssen. Völlig verdattert sahen beide Frauen zu uns. Guten Abend, grüßte Holmes freundlich. Doch sein Gesichtsausdruck blieb ernst. Es hat einen Moment gedauert, bis ich dahinter kam, dass Ihre Zwillingsschwester, Duchess, erwandte sich an die Dame im dunkelroten Kleid, und Sie gemeinsame Sache machen. Er richtete den Blick auf die Dame im feuchten Cape. Lady Marjorie, Sie sind eine glänzende Artistin. Mit Ihrem Kleopatra-Theaterzirkus reisen Sie durch die Kontinente. Immer sind Sie vor Ort, wo besondere Kunstwerke offeriert werden. Sie stehlen diese, und Ihre Schwester Caroline sorgt dafür, dass die Beute mit ihrer Yacht schnell außer Landes gebracht werden kann, um sie an Sammler irgendwo in der Welt meistbietend zu verkaufen. Sie, Lady Marjorie, sorgen mit ihren, sagen wir mal, ominösen öffentlichen Auftritten dafür, dass man die Duchess für skurril hält. Aber es war nicht Caroline. Während sich die Klatschpresse mit diesen merkwürdigen Auftritten befasste, konnte die Duchess in Ruhe den nächsten Coup vorbereiten. Keiner wäre auf die Idee gekommen, zwischen den Kunstdiebstählen und ihnen beiden eine Verbindung herzustellen, zumal die Öffentlichkeit gar nichts von den Zwillingen wusste. Nur Father Henry wurde es zu bunt als Dawson gefährliche Mitwisser aus dem Weg räumte. Unruhig wurden sie beide als Scotland Yard die Kreuznachbildung am Thamesestrand fand. Einer ihrer Mitarbeiter, Lady Marjorie, hatte das Kreuz gestohlen und wollte auf eigene Rechnung dieses zu Geld machen. Er verschwand aus Marseille. Aber der kleine Kutter überlebte den Sturm nicht. Die Gallien, richtig? Die fuhr vor den Docks auf eine Sandbank und kippte um. Niemand überlebte. Das war vor vier Monaten, aber die immer wieder aufkommende Flut spülte irgendwann das Kreuz ans Ufer. Sie erfuhren, dass Sherlock Holmes auftauchte, und so spielten sie mit ihren Leuten eine hervorragend ausgebuffte Komödie. Wäre Dawson nicht im Medical Club aufgetaucht, hätte ich mich nicht so intensiv mit ihrer Truppe beschäftigt. Aber so zog ich Erkundigungen ein. Der Auftragsmörder tötete Grover Sams, einen hervorragenden Kenner antiker Kunst und auch Hehler. Nun, seine Auftraggeber ausfindig zu machen, war nicht schwer. Den Rest besorgte ein Blick in ein altes Adelsregister. Die beiden Frauen standen wie erstarrt. Holmes lächelte süffisant. Auch ich bin nicht unfehlbar, wie mein Freund Dr. Watson Ihnen bestätigen kann. Es dauerte einen Moment, um alle Informationen in die wirklich richtige Reihenfolge zu bringen, aber das Ergebnis zählt. Er griff in seine linke Manteltasche. Ach, ich vergaß. Das ist doch Ihr Ring mit dem Emblem des Nilschlüssels, Lady Marjorie. Der blitzschnellen Bewegung der Duchess konnte ich mit den Augen kaum folgen. Tut mir leid, Mr. Holmes, aber wir müssen uns jetzt verabschieden. Die Stimme der Duchess klang emotionslos, als sie den kleinen Revolver auf uns richtete. Holmes zuckte nur müde die Achseln. Meine Damen, das denke ich auch. Eine in das Gefängnis nach Newgate, so denke ich. Glasklar drang die Stimme von Inspektor Gregson durch den Raum. Durch die offene Terrassentür stürmten acht Bobbys auf die beiden Ladies zu. Dem Rauchkringel, meiner Java-Zigarre nachsehend, streckte ich mich vor dem Kamin in meinem Sessel aus. »Eine recht verzwickte Angelegenheit«, äußerte ich. Sherlock Holmes lehnte am Kamin Sims. Die Geschosse knallten ab und zu Eiskristalle an unsere Fensterscheiben. Die Kaminuhr schlug die zehnte Abendstunde. Holmes stopfte langsam seine Big Ben mit der Gross-Wanner-Mischung. »Ach, Watson, manchmal braucht es Umwege, um alle Fakten zu ordnen. Ich gebe zu, die erste Information, die wir über Father Henry erhielten, Sie erinnern sich? Das Luder hat es wieder getan. Ich bezog es auf die Schwester der Duchess. Aber er hatte die Duchess selbst gemeint. Er wusste um die dunklen Geschäfte der Zwillinge. Ich seufzte. »Thunderstorm, lieber Holmes! Das hatten beide doch gar nicht nötig. Die Duchess mit ihrem Vermögen, ihre Schwester mit dieser schlüpfrigen Show. Die eine verdiente genug Geld, die andere hatte es durch ein Erbe.« Holmes sackte in seinen Sessel. »Wie wir es schon oft erlebt haben, ist dort, wo Geld genügend ist, der Reiz des Meer allgegenwärtig.« Holmes zündete seine Pfeife an. »Oh Gott! Die Langeweile wird wieder über mich hereinbrechen.« Kaum hatte er es ausgesprochen, vernahmen wir das kräftige Läuten der Türglocke. Erstaunt sahen wir uns an. Da vernahmen wir, wie Mrs. Hudson öffnete. Wenig später überreichte sie uns ein Telegramm. »Aus dem Diogenes-Club!«, murmelte mein Freund und Hausgenosse verblüfft. Er riss den Umschlag auf. Ich schaute Holmes über die Schulter. »Brauche dich dringend. Es geht um Leben und Tod, Mycroft.« Sherlock Holmes ließ das Blatt. Es geht um Leben und Tod, Mycroft.